Servus zusammen, bevor es zur Analyse geht, ganz kurz vorher folgendes. Ich habe ja jetzt in diesem Jahr 2022 kaum Seminare oder Webinare gemacht, ja krankheitsbedingt ging das alles nicht, aber ich habe jetzt eins ausgeschrieben, das ist meine Homepage hier, schlegel-trading.com, am 21. und 22. Januar. Das wird ein Webinar, das mache ich über Skype, wenn man dann hier auf den Button Seminare drückt, ist es also so, das sind Samstag und Sonntag, das sind erstmal zwei Stunden, dann wieder Pause, dann nochmal zwei Stunden, dann am Sonntag genau das Gleiche und jeder, der dann da mitmacht, der bekommt dann hinterher nochmal eine Einzelstunde. Also ich lasse dann die Leute ziehen und nach drei, vier Wochen haben die das alles ausprobiert und dann kriegen die nochmal eine Einzelstunde fürs Feintuning und dann seht ihr, was das kostet, das kostet bei mir 1.000 Euro, das finde ich wirklich nicht übertrieben, vor allen Dingen, wenn ich sehe, was da so in der Community da alles gefordert wird, das ist schon, manchmal muss ich dann Kopf schütteln, aber wie dem auch sei, so sieht das bei mir aus und da könnt ihr euch ja vielleicht zu Weihnachten was wünschen und das Zweite ist, ich habe jetzt in den letzten Tagen eine ganze Reihe Mails bekommen, die gesagt haben, ey, danke für die Filme, ich war da und da dabei, ich habe Spaß gemacht, ich habe was verdient, kann man dir was Gutes tun. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich trinke gern Absinth, aber da habe ich hier auf einmal 100 Flaschen Absinth stehen und da fällt mir nur eins, so ein leberduktig Gift kommt, das kann ich nicht machen. Ich selbst habe ja gesagt am Anfang des Jahres, ich werde diese nicht wirklich großen Einnahmen hier bei YouTube, das werde ich spenden, ich gebe das an hier ein Tierheim und an die Tafel und vielleicht könnt ihr das auch machen, also ich brauche nichts, ich bin glücklich, ich bin zufrieden, mir geht es gut und vielleicht macht ihr auch irgendwie sowas in der Art und da habe ich überlegt, die, die mir schon schreiben, sie haben was gespendet, die können sich da auch gerne Aktien wünschen und dann werde ich das abarbeiten, wobei ich jetzt natürlich nicht hoffe, dass das 5.500 verschiedene Aktien sind, aber so in der Art stelle ich mir das vor. Also ich brauche nichts, ich bin glücklich und zufrieden, aber guckt doch mal in eurem Umfeld, wo da irgendwie einer 20, 30 Euro braucht, die freuen sich alle darüber und die Zeiten sind nicht besonders toll und gerade so Tierheime oder die Tafel, die brauchen das bestimmt, aber es gibt dann noch andere Dinge, das überlasse ich euch. Also ich bin selbst fein. So und jetzt gehen wir zur Analyse. So und hier ist der Chart und ich gehe gleich mit euch auf den DAX Monatschart. Der letzte Monatsjahr rum, November, wir sind im Dezember, also kann ich das durchaus machen. Das hier sind die FIBUs, die uns auch gleich begleiten werden, vom All-Time-High runter bis zu diesem Jahreslohn, da sind wir genau, ziemlich genau an das 61,8er gelaufen. Auf diese gedäschte Linie gehe ich gleich ein. Grundsätzlich finde ich, sieht es nach wie vor in Ordnung aus, wenn ich mir hier das MACD anschaue, ja lang, kurz, kurz, das reicht mir als Kaufsignal und ich habe auch hier ein Kaufsignal, der ist doch hastig. Also ich finde, der sieht erstmal gar nicht so verkehrt aus. Wir sind Außenband raus, Insband wieder rein, hängen hier in der 20-Monats-Linie, das sieht man jetzt hier ein bisschen schlecht, aber, also nochmal so, der ist dann an einem Widerstand, ja, aber er sieht noch gut aus. Ich habe nicht den Hauch eines Verkaufssignals außer an einem Widerstand. Jetzt gehe ich auf den Tag, hier ist the talk, voilà. Hier sieht man die FIBOs in blau und das ist diese gedäschte Linie, das sind für mich, oder Zone, das ist für mich nach wie vor eine Bullenflagge mit der oberen Begrenzung 14.582, das ist das vom 25.11. hier und unten ist es die 14.128 vom 15.11. In dieser Range bewegen wir uns jetzt, die Bänder werden immer enger, immer enger. Der Fahrdachs, ich habe vorhin mal geschaut, war irgendwo bei 20.5, letzte Woche war der bei 21.80, der kommt also immer weiter runter, wenn gleich vorhin natürlich auch wieder, das war eine heftige Bewegung da, von 14.575 auf 13.000, ich glaube 375 war das, also das waren 200 Punkte, aber da gehen wir jetzt mal nicht so drauf ein, weil der hat sich ja auch fast alles wieder geholt. Und wir handeln im Moment jetzt hier, wir haben Freitagabend 17.44 bei 14.539, der hat sich fast alles wieder zurückgeholt. Wie auch immer. Also, die Bänder, ich mache das so, die Bänder werden enger. Die Range ist jetzt bekannt. Nochmal die Punkte, oben 14.582, unten 14.128. MACD ist neutral, kann man nichts momentan, nicht wirklich was ablesen. Die Stochastik dreht jetzt nochmal. Warum ist sie nicht runtergefallen? Weil wir durch den gestrigen Tag eine fette Aufwärtsbewegung hatten. Als ich das am Mittwoch gesagt habe, waren wir ja hier. Und dann sind wir ja von da aus ungefähr 200 Punkte gestiegen. Deswegen, der nimmt dann diesen Tag hier raus und jetzt der auch raus. Das heißt, die Stochastik rechnet auf diese Zone hier. Also, als Tiefpunkt haben wir momentan die 14.315. Und wir sind schon wieder in der Nähe des Hochs. Deswegen dreht er jetzt schon wieder hoch. Das ist der Hintergrund. Nur das zum Erklären. Ich hatte heute Morgen einen Nasdaq-Film reingestellt. Und in den Nasdaq-Film habe ich auch so mini, mini, mini Analysen gemacht über verschiedene Werte wie Amazon und Meta und so Zeug. Dann hat der gute Äppler aus Frankfurt, der hat geschrieben, das sollte ich doch ruhig häufiger machen. Also, ich überlege das wirklich. Müsst ihr mich mal wissen lassen, ob das was für euch ist. Ich habe mir Folgendes überlegt, dass wir, oder dass ich Aktien, die empfohlen wurden, also in dieser Woche wäre das Lufthansa, HelloFresh, das wäre Delivery Hero. Also durchaus auch kleinere Werte in diese Filme einbaue. Ohne Scheine, ohne Nennen von Scheinen. Aber dass ich am Anfang sage, okay, hier ist die DAX-Analyse, aber nach den Scheinen, die ich euch vorstelle, habe ich noch, keine Ahnung, HelloFresh, Lufthansa und, was war das jetzt, Delivery Hero zum Beispiel. Müsst ihr mir mal sagen, ob ihr sowas haben wollt, weil ich wollte es ungern auf das Thumbmail draufschreiben, weil es ist so viel Text da drauf, das ist ja nicht mein Ding. Zurück zum DAX. Also das sieht nach wie vor alles okay aus. Dadurch, ich gehe jetzt mal auf, sagen wir mal, Viertelstunde. Dass wir heute diese Bewegung hatten und fast alles wieder zurückgeholt haben, bis auf wenige Punkte, glaube ich, der Markt ist immer noch, ich sollte nicht sagen verfixt, aber der Wunsch ist immer noch, dass wir deutlich herunterkommen. So möchte ich es mal formulieren. Wir haben aber auch bald Verfalltermin. Ich mache am, ich habe heute gemacht einen Film, den ich aber erst am Sonntag reinstelle, zusammen mit dem Andreas Bernstein für Follow My Money. Da geht es um den DAX selbst, aber nur ganz kurz. Es geht um die FED, es geht um die Zinsen, es geht um den Dollar und es geht um den Verfalltermin, weil da gibt es immer noch, wie hat er es genannt, Mythen um das Lesen des Open Interests. Damit versuche ich mal auszuräumen. Der ist ganz kurz, acht Minuten, aber den komme ich nicht, den kriege ich erst am Sonntag rein. Was jetzt den DAX hier angeht, das sind nach wie vor die wichtigen Punkte und erst wenn wir das mit Schlusskurs über- oder unterboten haben, wird es für mich interessanter. Irgendeinem habe ich geschrieben, er soll sich einen Wecker stellen. Vorher kann man zwischendrin rumspielen, aber mir ist das zu stressig. Also zu stressig im Sinne von, da muss ich den ganzen Tag vom Bildschirm sitzen und das will ich einfach nicht mehr. Das ist nicht mein Ding. Das ist der Punkt. Wenn das gebrochen werden sollte, nach oben, haben wir nach wie vor hier die 14.709 war das, 709, das ist vom 06.06. und danach nur hier vom 29.03. die 14.925. Das sind die beiden einzigen Punkte. Nochmal, die Bänder gehen zusammen, das tun die sich nicht mehr lang an. Ja, ich wollte jetzt, ach, Graziste, ich wollte mal einschauen, weil wir haben nämlich von der Woche her, das ist nochmal eine positive Woche. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Also mit einem weißen Körper. Das ist die neunte in Folge. Ich habe es letzte Woche gesagt, ich habe nur einmal das gefunden, das war, glaube ich, 2015, da waren es zehn. Kleiner Drecksack. Aber ich habe nach wie vor den Eindruck, es tut nach oben mehr weh als nach unten. Unten ist der Expected und oben ist not that much expected. Ja, das würde mehr weh tun. Ja, oftmals geht der Markt dahin, wo es mir weh tut. Also ich bin jetzt hier nicht negativ. Ich habe also auch wieder verschiedene Aktien reingenommen. Aber, pah, das sieht nicht so verkehrt aus. Ich habe folgende Scheine für euch mitgebracht. Auch wieder vier Stück von zwei Emittenten mit unterschiedlichen Hebeln. Fangen wir mit den Calls an. 13.299, da sind wir hier ungefähr. Also unterhalb des unteren Bandes, unterhalb dieses Ausbruchs, den wir hier hatten. Das ist ein Hebel 11. GZ2UZS. Der ist durchaus für die Leute, die es ein bisschen bequemer haben wollen, gedacht, wenn wir hier drüber gehen. Aber das ist die Conditio sine qua non, über die 14.590 mit Schlusskurs. Einer, der ein bisschen heiser ist, mit Hebel 18, jetzt auf der Basis Freitagabend. Es ist die 13.745. Die KH 06 E6. Das ist das gleiche Ding für risikofreudigere Investoren, Trader, Handelsaffine. Dann habe ich die Puts 15.277. Den habe ich hier hingelegt. Moment. Hinter diesem Punkt, hinter diesem Punkt, also 15.277 ist hier. Das ist ein Hebel von 19. Das ist keine kleine Option. Das ist die KG 8WJ 5. Und als zweiten Put habe ich mir ausgesucht beim Hebel von 14.15.577. Da sind wir also noch hier hinter, hinter diesem kleinen Zwischenhoch hier. Das sind so Dinger, wenn der irgendwann wirklich mal den Löffel abgibt und sagt, hier, ich kann nicht mehr, das dauert mir zu lang, ich habe zu viel geatmet und die Wahrscheinlichkeit wird insgesamt schon hoch, weil neunte Woche in Folge positiv, boah, jei, jei. Ja, das ist wirklich super selten. Das ist die GX769R. Also das sind die vier Scheine, die bei mir auf die Watchlist kommen. Ich bin ja mehr bei hier so 19er Hebel, 18er Hebel, so Geschichten. Ich bin sogar bereit, hier ganz knapp unter die 14.000 zu gehen. Das ist dann nochmal ein Hebel, nochmal eine Ecke höher. Also das bleibt super, super spannend. Am Sonntag, wie gesagt, kommt der Film dann noch rein mit dem Interview wegen der FED und dem ganzen Zeug. Ganz kurzer Film, könnt ihr euch gerne anschauen. Ansonsten wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.